Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel TOTS Ich bin auf Season Tag 2 vom TOTS Live Wir hatten wieder sehr viel Content Sehr viel Neu zu Content Neue kranke Evo In 3Face-Aplus, es kam wieder so viel raus Wir werden aktuell mit Content zugeschüttet und ich liebe es By the way, ich höre das Intro gerade um 3 Uhr auf Arsenal hat gewonnen Das erste Spiel Die die Havertz machen wollen, ich wollte nur gesagt haben Arsenal hat gewonnen Auf jeden Fall haben wir sehr, sehr viele Rewards geöffnet Sehr, sehr, sehr viele Rewards 11-Säge, 14-Säge, 18-Säge, alles Aber wir haben mal geguckt, was man so zieht aus den roten Player-Picks By the way, ich stehe 6-0 Vielleicht hole ich Rang 1 dieses Wochenende Aber nur vielleicht Und wir hatten noch ordentlich Päcklein Wir hatten ordentlich Päcklein Wir haben den besten TOTS aktuell, meiner Meinung nach Auf Ansage aus dem Red-Pick gezogen Seht ihr ein Video? Ja, es ist krank Ich fühle mich einfach wieder so geil Und wenn Premier League bald kommt nächste Woche Und Bundesliga und so Oh, es wird so krass Es wird so krass Schreibt mal gerne rein, wie viel ihr aktuell steht in der WL Oder wie viel ihr geholt habt Real Talk, interessiert mich mein WL zu TOTS ist immer schmitzig Fremd sich jetzt in die Kommentare Lasst ein Like da Lasst ein Abo da TOTS ist da Ach man Ich mag es Tschüssi 9 Uhr Ladies and Gentlemen Zum TOTS am Samstag Was kam denn raus Wunderschönes Also Okay Tagesmeldung Tagesmeldung Machen wir Ne Du darfst nicht vergessen Chat Du darfst nicht vergessen Sehr, sehr, sehr wichtig Sehr, sehr, sehr wichtig Chat Okay Hallo Uuuuuh Showdown Tote Showdown Digger Ocampos Lucas Ocampos von Sevilla Okay Werther würde ich jetzt nicht spielen Auch mit Upgrade nicht Auch mit Upgrade nicht Chat Und Lucas Robert Tono Hey, warte mal Das ist Ocampos Und das ist Obert Tono Die haben einfach Namen vertauscht Die haben einfach Namen vertauscht Oder Bilder vertauscht Ja, ne Bilder, 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 Bilder Ach du Scheiße Ja, ich bin aber beide nicht mal Obwohl doch Boah Uuaah Was denn geile Karte, Digger Ja, aber das ist EA-Fame War Real Talk Das ist wirklich geil Das ist das EA-Standard Aber 84-Für Das Film macht sich Defense Die macht sich passen Die macht sich Schuss 2-90-Tempo Geile Karte Die würde ich vielleicht sogar mitnehmen Chat Ernst So, jetzt gibt es noch Chat So 2-90-11 kam wieder raus Chat 86-Doppel Upgrade kam raus Okay 83-84 Oh, geil Oh, der Team of the Week Chat Lieben wir Nein Ramirez Oh mein Gott Ey, Digga Ich hab mich so auf Ramirez gefreut Das ist ein SPC Den ich bei 19 Schuss hat, Digga Oh mein Gott, Digga LEA, Junge Wäre ich immer auf dem Markt gewesen Wäre viel geiler, Bro Guck mal bitte die Werte an, Chat Ihr Tots hat einfach plus 1 Schuss bekommen, Chat Infob hat 88 schießen Der Tots hat einfach 89 schießen 89 1 Schuss 2 Dribbling 2 Tempo 2 Füßes Die EY hat wirklich schon alles getan Damit diese Ramirez-Karte nicht krass wird Die haben alles getan dafür Alles Chat, kam noch ein SPC raus Chat, ihr Spieler Wir haben 2x Showdown Wir haben Ramirez Tots Und wir haben nächstes Mal 2 Das war's für die SPCs, ne Trotzdem ein guter Konto, muss ich sagen, Chat Es kam keine neue Evo Wie heißt die? Ach, die hier Hi, Small Chat, die bekommen 3 Placier Plus Was ist das für Karten, Bro? Plus Forster, Weakfoot Wie viel Maximal Pace? 3, ne Doch 73 Halt's Maul Aber Colwell Oder Colwell Chat 88 Tempo 90 Defense 88 Physis 80 passen Das ist geistkrank Ey, GG an jeden Einzelnen Der Evo ist fired, Bro Wie krank ist diese Evo-Chat Das ist so eine kranke Evo, Bro GG's Chat, Digga GG's auch an jeden Einzelnen Evo's mag, Bro Was eine brachiale Evo Guck, Shop, ja, ich guck den Shop, Bro So, was ist im Shop da, hä? 675.000 Coinpicks Mit 4, äh Mit 3 garantierten Tots Live, Digga Und der Pick ist auch wieder da Für 4.000 Ich will das nicht öffnen, Chat Was zum Beispiel die Herzen auf, Chat, das hier? Guckt auf Easy sogar Guckt auf Tranquil Auf Tranquil, Chat, guckt an Äh, Leila Alexandri Ist okay Was, Pack, ich weiß nicht, ob ich's aufmachen, Chat, Digga Ah, 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 sie haben Tor Gemacht, aber es wurde aberkannt So, 200k-Pack Er macht das Totspick auf, aber mit Coins 200.000 Coins Boah, ich weiß nicht, ob ich 200.000 Coins oder überhaupt das öffnen würde Aber das war bei mir nicht so Ah, Raffinja Ah, nein 1.000.000 Coins Ey, warte mal Der kostet 1.000.000 Der kostet 1.000.000 Coins 1.1.000.000 Oh mein Gott G fucking G, Digga Ey, wie krank Ich hab doch gerade Ich hab doch gerade Müll und so, Digga Ey, wir haben wieder 14 Siege, Chat 14 Siege, Digga Obwohl er 4er Auswahl hat Zweiter Totspick Come on 11 Siege sind die 1 Bruder, vertraut Ach du Kacke Come on Tots MS Boah, ist dieser eine, ne Double-Ockout Wer ist das? Das sieht gar nicht so, Bruder Der Arm sieht gar nicht so aus wie auf dem Bild Oh mein Gott Das war sein 3er Totspick Erf an den Bruder So Ui 14 Siege, Chat 14 Siege, Chat Nein, nein Turland, Elba und Tamendi Bruder, 14 Siege sind schlechter als 11 bis jetzt Auch Zeit braun 3er Totspack 3er Totspack 3er Totspack bei 14 Siegen, komm an Sturm Was ist das? Die Turland, ne? Auf Lookout. Schoboschleim. Ja, das Durchschnitt, Digga. Schoboschleim, 180 Ks. Okay, Turland ist auch nicht schlecht. Er hat einfach alle drei Tots. Er hat einfach alle drei Tots. Er hat einfach alle drei Tots. So, okay, Bro. Geh rein. Uh, Klaus. Aha. Klaus ist okay. Ist ein guter. Ist ein guter. Auf Siege kann man auch nicht gerade viel erwarten, ne? Zweiter Pick. Images kommt jetzt von Bruno oder Modric. Nein, nein. Ey, das ist schon wieder zu viel, Bruder. Ey, das ist schon wieder... Ey, halt das Maul. Waaat, waaas? 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 Elf Sieger, Digga, 2 Millionen Karte. Ey, ich hab's auch noch gecallt. Ich kann das nicht, Chat. Ich kann... Ey, nein. Ey, fängt wieder an. Bruder, ich schwöre, Chat. Ich und Team of the Season, wir haben ein sehr komisches Verhältnis. Ich und Team of the Season haben ein sehr komisches Verhältnis. Bruder, elf Siege, Weakaliki-Raw, Chat. Ja, hier ist der Beweis. Für was denn nach mehr Schwitzen? Warum denn mehr Schwitzen? Es ist einfach nur Schweiß. Es sind Gehirnzellen, die verbrennen. Einfach auf elf Siege gehen. Ich meine, der glückliche... Der arme... Bruder, five star, five star. Ach, du scheiße. Ach, du scheiße. Drei Playstyle, Technical, Waschbär, 99 Beweglichkeit, 99 Ausdauer, aus elf Siege, Mirrod. Ich kann das nicht mehr, Bruder. Ich kann... Ich muss kurz... Ich brauch kurz Apfel, Scholle, Chat. Slut... Miiiut. Come on, elf Siege, zeig' mir, Bruder. Zeig' elf Siege, Mirrod. Ja, Bruder. Elf Siege bleiben, elf Lager manchmal auch. Manchmal bleibt es einfach elf, Chat. Manchmal bleibt es einfach elf. Man kann... Mach was, weil wir rütteln. Schwierig. Schwierig, Chat. Einfach Muchi. Muchi. Das erste Mal, Santos. Wer ist Santos? Ach, du meinst die Karte Santos. So. Bruder, er hat sechs Icon-Picks, Chat. Er hat sechs fucking Icon-Picks, Chat. Sechs. Danke auch für die neue Fortschrift auf Twitch, Chat. Dankeschön. Rooney im ersten Pick, Digga. Ey, man muss... Man muss aus sechs Icon-Picks eine zwei Millionen Karte, sage ich, ziehen. Muss man, Digga. Essien ist gut, aber er hat eine Glasso-Karte, die halt besser als Chat, ne? Aber Essien ist gut, Chat. Bruder. Tod. Er ist kein Tod, Bruder. Okay. Tod. 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 Ey! Ey! Frog! Frog! Aha! Okay. Ist gut. 900 K. Wichtig, Digga. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Boah, trotzdem L, Bro. Ich sag trotzdem L, Bruder. Ich sag trotzdem L. Overall, trotzdem L-Picks, Digga. Oh, der arme Chat, Digga. Ja, Ribéry, super Essence, gut. Rest ist halt Müll. Aber ich finde, wenn jemand sich so Mühe gibt, Digga, und so viele Picks aufspart, der muss doch was krasses ziehen, Digga. Und die A bricht die Menschen einfach auf respektlos. Ich schwöre, ey, so am Breschen ist das Geist krank. 2K-Pack. Oh, Pick-Off, Chat. Einfach den Pick-Off. So, Busch, Lai. Yeah. So, Busch, Lai, Bro. So, alles gut, mach L, Team-Bewertung. Okay, 54 K-Pack, Chat. 3-Tot-Pack. We are the block out. Also noch zwei weitere, Chat. Okay. Tot. Erf an den Bruder. Tot. Kannst du eigentlich mit deinen Händen furzen? Das hier meinst du? Nee. Aber ich kann mit meinem Popo furzen. Echt? Zeig mal. Ja, jetzt grad nicht, Chat. Das kommt nur manchmal. So, 300K-Pack. Kannst du Handstand? Nein. Ey, Eiken! Eiken aus 300K-Pack-Chat. Und tot. Mirino und... Digga, Petit. Wie rare ist deine Eiken daraus zieht, Chat? Merino und Totz. Und Theo. War da nicht mal zwei Garantie-Totz drinne? Ah, Bruder, Müll. David, 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 Street-Chat. Morgen wieder live. Morgen wieder live, Chat. Morgen wieder live. Morgen download streamen. Wie viel bin ich morgen live? Ich probiere. Ich probiere morgen 15 Uhr. Real talk. Ich probiere morgen 15 Uhr. Die bekommt ein feinstes Gameplay von mir. Ja, Bruder, ich stream fast sechs Stunden, Digga. Ich bin ja sechs Stunden live. Ich dachte, heute lang. Ey, die hat... Davor ist ein... Drei Stunden. Drei Stunden ist aber mal kurz. Ich liebe euch, guys. Bis morgen. Bis morgen. Drei Stunden. Drei Stunden.